Hey, hey, hier ist der Wampen-Dribbler und ihr hört Megafon 95, Folge 74, der Fatuna Düsseldorf, Fancast. Heute sprechen wir natürlich über das Spiel gegen Werder Bremen und wir haben noch ein paar News dabei. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe den Micha mit am Start. Ein guter Krieg in die Runde. Kurz einfach mal Friedhelm Funkel raus. Ich weiß nicht. Eigentlich ja, aber irgendwie. Vielen Dank, dass wir die heutige Auszug haben von Megafon 95. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nein, natürlich ist es dann am Ende doch nicht so einfach. Fortuna hat erstmal Steven Skripski geliehen. Auf jeden Fall ist er geliehen bis Ende der Saison. Wir können den am Ende für ca. 5 Millionen dann kaufen, wenn man möchte. Kurz zu Steven Skripski. Skripski, egal, ich kann es nicht. Er kann das, was Friedhelm Funkel mag, kämpfen, laufen und noch mehr ein bisschen näher laufen als kämpfen vielleicht. Vielleicht kurz deine Einschätzung zu dem ersten Spiel für Fortuna plus zur generellen Verpflichtung von ihm. Ich finde es irgendwie nicht so, aber... Ich finde es eigentlich ein guter Transfer. Ist für mich ein Transfer auf dem Level wie Tommy. Also einer, der schon auch mal was Gutes reißen kann, aber eigentlich so immer unterm Radar läuft. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eine gute Verpflichtung. War im ersten Spiel ordentlich. Es hat nicht immer alles geklappt, aber... Er hat halt wie so viele andere ab dem 16er die Lösung nicht gefunden. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, er hat in Gelsenkirchen nicht viel gespielt. Die Saison ist bis jetzt da auch nichts gerissen. Und seitdem er eigentlich von Union Berlin dahin gewechselt ist, ist da eigentlich auch in seiner Karriere nicht mehr so ganz viel krass passiert. Naja, aufs Spiel gehen wir gleich ein. Davo Lovren ist nach Kroatien verliehen. Ich glaube, das war auch das Kapitel Fortuna Lüsseldorf. Das ist damit vorbei. Das glaube ich noch nicht mal. Also Fortuna hat ja noch einen ewig langen Vertrag mit dem. Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der da jetzt ein halbes Jahr noch spielt. Danach wird er vielleicht nochmal irgendwo ausgeliehen in die dritte Liga nach Deutschland oder so. Und danach... Ich weiß ja natürlich nicht, wie das Niveau der Liga in Kroatien ist. Wenn die kroatische Liga, vielleicht wisst ihr das, ein höheres Niveau hat als die Regionalliga, dann ja. Aber ich weiß nicht. Ich bin irgendwie immer so ein Verfechter davon. So, ja, verleiht ihr doch in Deutschland in die dritte Liga, in die zweite Liga oder etc. Weil das Davo Lovren zweite Liga kann, wenn man ihn lässt. Das hat er bei Fortuna ein paar Mal gezeigt in der zweiten Liga mit sensationellen Spielen oder Toren. Mal gucken. Die Zeit wird zeigen, was da noch aus ihm wird. Wiesner ist wieder verletzt. Sind das Mosebandriss? Ich glaube, ja. Ja, das ist halt das Thema mit dem Wiesner. Ich hatte ja mal die Hoffnung, dass der der zukünftige Fortuna-Torwart sein wird. Der hat bärenstarke Anlagen gehabt. Hat sie immer noch. Aber es scheint halt so, weiß ich nicht, erst die Knie, dann die Arme, dann die Brust, dann der Nacken, dann die Füße. Ich glaube, da muss jetzt erstmal alles kaputt gehen, bevor du es wieder aufbauen kannst. Ja, ich sag mal so, bei mir ist die Hoffnung, dass Wiesner irgendwann mal so eine Fortuna-Legende wird und als Stammtorwart mehrere Jahre spielen wird. Mittlerweile ist bei mir diese Hoffnung auf Okoye weitergegangen, wo ich der Meinung bin, falls Fortuna absteigt, sollte Okoye Stammtorwart werden. Obwohl der ja im Sommer den Verein verlassen will. Ja, aber ich denke mir, wenn Fortuna ihm sagt, Junge, wenn du bleibst, bist du Stammtorwart in der ersten, dann überlegt er sich das wahrscheinlich nochmal. Aber wenn du dem dann sagst, ja, du bist dann hinterher Wolf, Kastenmeier, bist du dann dritter, dann wird vielleicht noch einer geholt, bist du vierter Torwart. Dann kann ich verstehen, dass der Okoye dann denkt, ja, dann wechsel ich lieber. Aber das ist halt ein Spieler, wo ich mir denke, ja, lass ihn doch einfach mal spielen. Okay, also dass er die Anlagen hat, hat er auf jeden Fall bewiesen und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es da weitergeht. Henkel ist ein weiteres Jahr bei Fortuna, das ist super für uns. Mal gucken, ob die dann in der zweiten oder der ersten Liga-Sponsor sind. Und ja, die haben ja ihre Option gehabt auf noch ein weiteres Jahr, die haben wir jetzt gezogen. Das heißt, Henkel ist zufrieden, das heißt, Fortuna ist zufrieden und ja, ist auf jeden Fall dann eine gute Nachricht, dass man dann so eine lokale Firma oder so eine Düsseldorf-Firma halt auch als Trikotsponsor hat und dann nicht irgendwie Airport Dubai oder so. Dann kriegst du vielleicht nochmal irgendwie 50 Millionen mehr für, aber ob das das dann wert ist, ist wieder ein ganz eigener Podcast, den man aufnehmen könnte. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, dass wir mit Henkel noch ein Jahr länger haben. Ein Spieler, den wir wahrscheinlich nicht noch ein Jahr länger haben werden, ist Zac Steffen. Ist jetzt erstmal fünf bestimmte Zeit am Knie verletzt. Mal gucken, was daraus wird. Und ja, aber dafür konnte halt, dann konnte, entschuldige, ich habe gerade was im Skript gelesen, das hat mich... Dass deine Autokorrektur aus Reitmeier, Reiteier gemacht hat. Das ist genau dein Niveau, ne? Das ist genau mein Niveau. Füße hoch, der Witz kommt flach. Ja, das hat natürlich zum Debüt Florian Kastenmeier geholfen, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber angeblich ist ja Reitmeier für die Verletzungen der Torhüter verantwortlich, weshalb er den Verein dann verlassen musste, beziehungsweise mit Friedhelm Funkel im Kninnenschlag. Micha, du warst jahrelang Keeper. Wie stellst du dir vor, dass ein Torwarttraining dich verletzungsanfälliger macht als ein anderes Torwarttraining? Also ich sage mal so, wenn man den Körper auf eine gewisse Art reizt, die halt nicht gut für den Körper ist oder auch mal beim Training überpaced, wie man auf Neudeutsch sagt. Also wenn man halt zu viel verlangt und man dann nicht komplett 100%ig fit ist oder frisch ist, weil die meisten Verletzungen passieren ja, weil der Körper müde ist vom Trainieren. Und wenn du dann halt einen müden Körper hast, der ist dann schwächer und dann kann es halt eher passieren, dass du dir eine Verletzung holst. Aber wie er dann dafür, vielleicht weil er das Training nicht ausgewogen gestaltet hat oder weil er die Trainingsübungen immer so gewählt hat, dass er immer Trainingsübungen gemacht hat, die irgendwie immer auf die Schultern oder auf die Knie gehen. Aber ja, ist meiner Meinung nach spekulativ. Ich meine, er hat nicht nachts im Park mit einem Baseballschläger gewartet und die kaputt gehauen. Er wird es nicht böswillig gemacht haben. Auf jeden Fall gute Besserung an Zachary. An Wiesner auch natürlich. Natürlich auch an Wiesner und an alle anderen, die natürlich verletzt sind. Kommen wir, wo wir schon bei Friedhelm Funkel sind und wir haben noch nicht über das Spiel gesprochen, aber die Frage ist halt, kann Friedhelm Funkel denn eigentlich noch Abstieg? Weil, so wie wir gegen Bremen gespielt haben und Spiele vorher, du hast halt irgendwie sieben Leute gehabt, die defensiv gestanden sind, drei, die offensiv gespielt haben, aber du hast halt trotzdem Tore gefangen und hast, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, Bozek ist alt und Fink ist alt, der kann jetzt auch nicht mehr so laufen wie noch letztes Jahr. Da war der ja ziemlich krass drauf, was Sprinzern ging in die Offensive. Gegen Bremen war das tatsächlich so, dass mal Fink, mal Morales vorne waren, eher Morales als Fink und Morales aber auch die Chancen hatte. Ansonsten passierte da dann auch nicht viel. Ich bin der Meinung, Friedhelm Funkel kann keinen Abstieg und ich gehe auch zu denen, die sagen können, ich verstehe eine Verlängerung mit Friedhelm Funkel nicht. Vor allem, wenn du sagst, wir machen nur einen Vertrag für die erste Liga, wenn wir dann absteigen sollten, dann gucken wir mal, wer da gerade so sich bei der Agentur arbeitslos gemeldet hat. Ja, ich sag mal so, das ist ein Thema, das predige ich gefühlt Folge für Folge. Man hat halt gegen Bremen gespielt und man wollte nicht verlieren und meiner Meinung nach muss man halt spielen und man muss spielen auf, wir wollen gewinnen. Und ich habe das Gefühl, Funkel will immer, ja entweder wir spielen nur 0 oder wir gewinnen 1-0 und ich persönlich bin halt einer, ich verliere lieber 3-2 als 1-0 zu verlieren. Und so ist halt eine persönliche Einstellung von mir, ich weiß nicht, ob da jeder mitgeht, aber ich bin halt der Meinung und dementsprechend wäre es mir halt lieb, eine offensivere Aufstellung zu wählen und auch mal was zu riskieren. Und nicht immer nur auf, ja wir haben einen Punkt und wir spielen auf den Punkt zu gehen, sondern nee, wir wollen gewinnen und deswegen gehen wir auf 3 Punkte. Und wenn wir dann am Ende verlieren, schade, aber wir haben halt offensiv Power gegeben und nicht so dieses, wir verwalten ein 0-0 und dann mal gucken, ob es gut geht. Und schaltet eure Meinung gerne mal auf Twitter, das sind wir als Megafon95 oder gerne auch auf Facebook, ihr könnt uns auch eine Nachricht zukommen lassen oder auch auf Instagram, das sind wir auch als Megafon95. Schickt uns mal eine Nachricht und sagt mal, wie ihr das findet, Friedhelm Wunke, ja oder nein und wie ihr denkt, dass die Fatuna so spielt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja wir müssen über das 1-0 nicht reden, Eigentor, Kastenmeier, der steht vielleicht einen Schritt zu weit weg vom Pfosten und ja, dann drückt der Moisander so ein bisschen den Bozzak weg und dann geht der Ball unglücklich ins Tor, scheiße gelaufen. Aber das ist halt nicht die Szene, die meiner Meinung nach das Spiel, also sie hat das Spiel entschieden, aber sie ist nicht das, was am Ende ausschlaggebend war für das Spiel, sondern ausschlaggebend war halt, dass Bremen in dem Moment eine Schwäche von uns genutzt hat. Und das ist halt dann einfach scheiße gelaufen. Stöger kam, brachte natürlich noch ein paar gute Möglichkeiten, man hat gemerkt, dass er gefehlt hat, als er dann auf dem Platz stand. Sprints in die freien Räume, so wie letzte Saison, hat er noch nicht ganz hingekriegt, aber der war viel am Ball, viele sichere Pässe, gute Übersicht, die hat er auf jeden Fall gehabt. Ich bin gespannt auf mehr. Meinst du denn, er verlängert seinen Vertrag bei uns oder denkst du, das ist eher so, ja mal gucken, wo die Richtung hingeht und wer sich am Ende dann doch noch vielleicht als Verein finden lässt? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn Fortuna absteigt, er dann sagt, ja nee, ich suche mir einen anderen Verein in der ersten Liga oder im Ausland. Ja, wenn Fortuna drin bleibt, besteht die Möglichkeit, dass man ihn noch halten kann. Aber was ich halt zum Beispiel auch gut fand, als Stöger eingewechselt wurde, gegen Wolfsburg, sag ich schon, gegen Bremen, da ist so ein Push durchs Stadion gegangen. Und das war so dieses, man hat sich gedacht so, okay, das ist so unser Heiland, unser Retter, der wird jetzt alles richtig machen. Und er hat ja auch schon, sag ich mal, paar gute Pässe gespielt. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, erwarte ich auch nicht, wenn man so lange verletzt ist. Aber ich weiß nicht, ob es dann wirklich daran lag, wie gut er jetzt gespielt hat oder auch, ob das jetzt auch einfach in der kompletten Mannschaft so ein, uns hat ein Spielmacher die ganze Hinrunde gefehlt. Und jetzt war er da und irgendwie wirkte das wie so eine Aufbruchstimmung. Es war dann auch so, gefühlt sind die Spieler dann auch genau in die Räume gelaufen, die Stöger haben wollte, was sie halt vorher nicht gemacht haben, weil die nicht wussten so, ja, wer soll jetzt überhaupt einen Pass spielen? Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein gefühltes Ding war oder ob der Stöger wirklich irgendwie so ein bisschen positiven Push gegeben hat. Auf jeden Fall bin ich froh, dass er wieder da ist. Ich glaube wirklich, dass er diesen positiven Push gibt und ich glaube auch, dass er mit dabei ist, wenn die Laufwege trainieren. Und ich glaube nicht, dass Friedhelm Funkel grundsätzlich anders trainieren lässt als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte er halt drei Spieler, die es perfekt umgesetzt haben mit Stöger, Rahman und Luke Bakio. Jetzt hast du halt Spieler, die diese zentrale offensive Rolle spielen könnten mit Tag Betai, Baker. Merkst du schon, die spielen absolut keine Rolle mehr. Tag Betai war überraschend im Kader. Ich war überrascht, als ich, nachdem ich die WhatsApps gelesen habe, dass er dann halt doch noch im Kader war. Genauso wie Nana Ampoma, dass der sogar eingewechselt worden ist. Nach der verbalen Auseinandersetzung mit Friedhelm Funkel fand ich auch ziemlich krass. Aber du könntest natürlich auch noch Eric Tommi in die Offensive ziehen, weil er hat das auch in Stuttgart gespielt. Aber Friedhelm Funkel hat es halt nicht getan. Und deswegen fühlt sich natürlich jetzt ein Stürger, der reinkommt, dann in diese Position sich begibt. Von Natur aus in diese zentrale offensive Rolle. Fühlt sich dann natürlich an wie der Halsbringer, weil er in einem Raum steht, der von uns nicht gedenkt wird. Also da ist keiner von uns. Jetzt ist da plötzlich einer, wo du den Ball hinspielen kannst hinter den Stürmern. Und voilà, hast du ein anderes Spiel. Es hat aber trotzdem leider nicht gereicht, um dann dann noch den Ausgleich zu erzielen. Kurz noch deine Meinung zu der Causa mit Baker, Tag Patai und Ampoma. Und vielleicht auch noch so ein paar Worte zu Kevin Ophori, der Anfang der Saison vielversprechend war, aber dann irgendwie, keine Ahnung, durchs Raster gefallen ist. Ich glaube, Ophori ist ein Spieler, der in der Zukunft eher was sein wird für Fortuna. Beziehungsweise, ich weiß ja, wie Friedhelm Funkel ist, der lässt ihn dann lieber nochmal ein Jahr lang irgendwie nur auf der Bank sitzen, bevor er ihm die Möglichkeit gibt, sich zu beweisen. Ich war ja schon überrascht, dass er den Appelkamp mal auf die Bank gesetzt hat, was ja normalerweise dann kein Funkel-Move ist. Normalerweise packt er dann lieber irgendwie noch einen Rentner rein, anstatt dann irgendwie mal einen aus der Jugend mitzunehmen. Und ja, ich finde halt auch krass, dass man halt Baker, man hat ja Baker verpflichtet, weil man wusste, dass Schröger lange verletzt ist. Und dann lässt man ihn halt nicht spielen. Und dann spielt man halt komplett ohne Kreativität im Mittelfeld. Und dann spielt man ohne Baker oder Barcock im Mittelfeld und wundert sich, wenn man ohne Spielmacher spielt, dass man keinen Spielmacher hat. Oder dass keiner das Aufbauspiel leiten muss. Wenn es mal irgendwie kombiniert wurde, dann musste Ihan aus der Innenverteidigung nach vorne rücken. Weil sonst hatte man das Gefühl, da ist keiner, der mal einen tödlichen Pass spielen kann. Du hast recht, ich habe Barcock vergessen. Der kann tatsächlich auch den Spielmacher bekleiden. Aber es war halt irgendwie nicht das Spiel von Friedhelm Funkel. Er spielt halt in einem 4-3-3 sehr gerne mit drei defensiven Leuten. Von denen halt Morales halt eigentlich der ist, der die Pässe abläuft. Was Fink dazu zu suchen, das weiß ich nicht. Vielleicht der Kämpfer. Und Bozek soll die Zweikampfmaschine sein. Keine Ahnung, mit Luis Baker ist halt irgendwie das Problem, dass der halt irgendwie gute Spiele gemacht hat. Dann hat er irgendwie nicht mehr gespielt. Und dann hat man ihm im Training angeblich auch angemerkt, dass er nicht mehr so ganz krass die Lust hat, sich da voll reinzuhängen, wenn er nicht spielt. Und das gefiel ihm Funkel dann nicht, weil der Funkel der Meinung ist, egal ob ich sage, ob du spielst oder nicht, will ich, dass du 1000% im Training gibst. Ja, das... Ja, weil genau so hat man den Lovren ja auch vergraut. Das fand er nicht so. Deswegen hat er dann gesagt, ja, okay, komm, ich habe jetzt dann noch nicht mehr so die Lust auf Fortuna. Und ja, wenn Chelsea sagt, okay, ist uns scheißegal, wir zahlen ruhig die Vertragsstrafe. Der kommt dann zurück, lasst uns mal darüber sprechen, dann verleihen wir den weiter zu einem anderen englischen Zweit- oder Drittligisten, keine Ahnung. Soll es noch sein, was mit Tech-Beteil ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann meinen Eindruck sagen, er ist oftmals offensiv ein bisschen wild, arbeitet nicht ganz so krass nach Defensiv, wie das zum Beispiel ein Kowdatzky tut oder auch ein Eric Tommi macht. Den haben wir das Gleiche gar nicht darüber. Nane Ampoma sagen, auch oftmals will er vorne sehr gute Ansätze. Im Pokal hat Ampoma mehr bärenstark gefallen, ja, aber so danach so eine richtige Chance hat er auch nicht mehr gekriegt. Ja, aber zum Beispiel, ich bin ja ... Weil der halt auch irgendwie nicht ganz so krass defensiv schuftet, wie es den Gieselmann, den Jones-Simmer, den Suttner oder halt auch David Kowdatzky macht. Ja, aber zum Beispiel Ampoma oder Tech-Beteil, die haben halt so, die bringen halt dieses Chaos ins Spiel. Und das brauchst du halt manchmal. Ja, wie soll ich sagen, wenn man irgendwie zur 70. Minute, man liegt 1-0 hinten und man will aber noch einen Punkt holen oder man denkt sich so, ja, vielleicht will man sogar gewinnen. Weil normalerweise ist das ja mit Funkel so, wenn man unter Funkel irgendwie zur 70. Minute hinten liegt, dann ist mit Funkel die Ausrichtung, ja, vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch einen Punkt. Aber ich bin halt einer, ich denke mir so, ja, geh all in, weißt du, dann kassierst du halt ein 2-0, ist doch scheißegal. Aber wechsel dann doch einfach mal in der 70. Minute oder 75. Minute beim Spielstand von 1-0 für den Gegner. Wechsel mal Tech-Beteil und Ampoma ein und scheiß dann drauf, dass die nicht defensiv arbeiten, sollen die vorne wirbeln und, weißt du, die dann vorne, zusammen mit Hennigs, hast du vier gegnerische Spieler mindestens schon gebunden. Ja, aber das ist halt nicht das Spiel von dem Fuchs. Nee, aber das ist halt, das kann ich auch verstehen, dass du das nicht über 90 Minuten machen kannst, aber du kannst ja mal kurz vor Schluss oder 15 Minuten vor Schluss mal all in gehen und das sind dann genau die Spieler, die du dann halt brauchst, die einfach mal so Chaos reinbringen. Weil immer wenn ich Tech-Beteil und Ampoma gesehen habe, die haben halt Tempo ins Spiel gebracht und das fand ich halt immer gut, auch wenn es dann im Endeffekt vielleicht nicht immer gereicht hat, aber die haben Unruhe in die gegnerische Abwehr gebracht. Ja, aber genau das ist der Punkt, wir haben genau letzte Saison das gleiche gemacht. Wir haben mit Rahman und Luke Baakio zwei gehabt, die Vogelwild vorne waren, weshalb Friedhelm Funkel halt zeitweise nur entweder oder gespielt hat. Ich glaube, der Grund ist, warum Tech-Beteil keine Chance hat, genauso wie Ampoma keine Chance hat, ist halt, weil sie nicht defensiv genug arbeiten für Friedhelm Funkel, aber sie halt vorne nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht die Qualität haben, wie es ihre Vorgänge hatten, aber wenn sie halt Anfang der Saison auf den Positionen, wo sie gespielt haben, Tore gemacht hätten, dann würde Friedhelm Funkel vielleicht anders denken, als es vielleicht jetzt tut. Ja, aber überleg mal, vergleich mal, wie Tech-Beteil und Apoma, wie die jetzt spielen und vergleich mal, wie Rahman letzte Saison in der Hinrunde gespielt hat. Genauso, man dachte immer so, oh, der bringt Unruhe in die gegnerische Mannschaft, am Endeffekt vielleicht nicht immer glücklich, aber der bringt Unruhe rein. Und dann in der Rückrunde hat er dann halt auch mal geschafft, das Ding einzunetzen. Und Rahman ist halt nur ein halbes Jahr lang richtig überragend gewesen, sonst war der auch immer nur durchschnittlich. Und deswegen finde ich es halt schade, dass man dann einem Tech-Beteil oder einem Apoma halt nicht die Möglichkeit gibt, auch mal diesen Chaos-Effekt reinzubringen. Von mir aus kannst du mit Kovnatski und Tommi starten, die das defensiver auch, sag ich mal, ein bisschen ordentlicher verwalten. Aber wenn du dann 1-0 hinten liegst in der 75. Dann wechselst du, nimmst du halt Kovnatski, Tommi, oder meine, was ganz Verrücktes, nimmst du dann, sag ich mal, einfach mal Gieselmann raus, weißt du, und stellst dann auf eine Dreierkette um oder so und packst dann zum, packst dann vorne, hast du dann halt, sag ich mal, eine Offensivreihe mit Hennings, Tommi, Apoma und Tech-Beteil, wenn du dann dafür Kovnatski rausnimmst und dann noch einen Verteidiger. Und dann gehst du halt all-in und versuchst halt mal in der 75. Minute nicht auf, ja, vielleicht holen wir noch einen Punkt zu gehen, sondern einfach mal, wir machen noch zwei Tore. Und wenn du dann halt noch zwei Tore kassierst, ist doch scheißegal, aber einfach mal ein bisschen all-in gehen. Das geht mir halt so auf den Sack, dass wir das nicht machen. Wir halten es einfach wie mein Skript, wir brauchen einfach Eier. Ja. Ich hab überall, wo, ich weiß nicht, ob der Michael das vielleicht rausschneidet, aber ich hab überall, jeder, der irgendwie Meier heißt, also Kastenmeier, Reitmeier, da steht immer im Skript immer Kasten und dann Eier oder Reit und dann Eier. Ich weiß auch nicht, mein Handy hat's mit Eiern. Ein Spieler, der auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht jetzt dicke Eier bekommen hat, weil er Chancen sieht zu spielen. Könnte Michael Rensing sein, nach dem vermeintlichen Fehler von Kastenmeier. Ja, also ich hab, ich bin ganz ehrlich, ich hab vor dem Spiel, da sitze ich ja immer noch mit meinen Leuten, sitze mir halt immer noch in der Bar und da meinte ich noch so in die Gruppe so von wegen, ey, ich hoffe so, als es halt rauskam, dass Stefan nicht spielt, dachte ich mir so, oh, das wär so geil, wenn der, wenn der, ähm, Kastenmeier spielen würde, aber ich würd's dem Funkel nicht zutrauen, weil ich hab zu 95% damit gerechnet, dass er einfach mal den Rensing spielen lässt, einfach nur, weil's halt Funkel ist, so. Und, ähm, wo ich mir auch denke, wenn, wenn Funkel schon auf den Kastenmeier setzt, anstatt auf den Rensing, dann, dann heißt das schon was, also, das ist so dieses, das ist so dieses, dann muss sich Funkel selbst eingestehen, dass er lieber dem Talent die Möglichkeit gibt, als dem Routinier und, ähm, das ist halt für Funkel meiner Meinung nach schon ein Riesending. Meinst du, dass er sich vielleicht von unserem neuen, ähm, ja, Torwarttrainer hat beeinflussen lassen? Ja, wirklich, ich glaub zwar auch, dass der dann auch sich nochmal davon beeinflussen hat lassen, dass Rensing noch nicht zu 100% fit ist, so, ähm, aber ich find halt, ich find's halt die richtige Entscheidung, Kastenmeier spielen zu lassen, und ich find's auch die richtige Entscheidung, ihn im nächsten Spiel auch wieder spielen zu lassen. Also, du bist dafür, für, äh, Kastenmeier im nächsten Spiel, ähm, wenn Zach Steffen jetzt nicht, äh, fit oder verletzungsfrei ist? Genau, ich bin ja auch dafür, dass Kastenmeier nächstes Saison Stammtorwart sein wird. Ja, also, das ist, weil... Ich denke mal, das ist, äh, Liga-abhängig. Ja, genau, wenn Fortuna absteigen sollte, denke ich mal, ist, wird Kastenmeier Stammtorwart werden in der zweiten Liga. Wenn wir in der ersten Liga bleiben, wird wahrscheinlich dann noch irgendeiner verpflichtet oder ausgeliehen, ähm, oder vielleicht sogar nochmal Steffen ein Jahr lang ausgeliehen. Ja, das ist halt momentan so ein bisschen, äh, das Thema, ähm, mit Zach Steffen, Fortuna würde gerne noch ein Jahr verlängern, wenn man in der Liga bleibt, Steffen würde gerne noch so ein Jahr verlängern, wenn man in der Liga bleibt, aber jetzt hat, äh, Pep Guardiola in einem Interview gesagt, so, ah ja, lass den erstmal im, äh, im Sommer mal wieder zu uns kommen und dann gucken wir mal im Sommer, was er machen. Das spricht nicht wirklich dafür, dass er nochmal zu uns, äh, zurückkehren wird, denke ich. Ob man ihn dann nach England verleiht oder, äh, woanders hin, aber. Ich denke mal, es kommt auch noch drauf an, wie er sich jetzt, äh, nochmal, also wie er jetzt nochmal spielen wird bei Fortuna, also wenn er dann sich gut weiterentwickelt und dann sieht der Pep, ah, in Düsseldorf entwickelt der sich ganz gut weiter, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass, äh, dass City sich dann überlegt, wir leihen den dann lieber nochmal an eine bessere Mannschaft aus, also, so. Europa League, Champions League, ne? Ja, also eine, die dann vielleicht auch mal international spielt, ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die gegebenenfalls irgendwann auch, äh, eine Ablöse, die man sich so vorstellt, von 30 bis 40 Millionen bezahlen würde. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann irgendwie lieber nochmal irgendwie nach Belgien zu einer Mannschaft Champions League oder Europa League spielt, ausgeliehen wird, anstatt zu Fortuna Düsseldorf zu einer Mannschaft, die halt gegen den Abstieg spielt. Gut, apropos Abstieg, jetzt hat, äh, Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg da nicht wirklich viel mehr zu tun, sondern unsere nächsten Gegner, ja, Leverkusen war jetzt auch nicht so die, die Bombe in den letzten Spielen, aber wir auch nicht. Ich hab so ein bisschen das, äh, die Befürchtung, dass die gegen uns vielleicht so ein bisschen an alte Zeiten anknüpfen können, zurück zu ihrem, ähm, laufaufwendigen Pressing-Spiel. Ich bin halt auch froh, dass die jetzt gegen, äh, Paderborn gewonnen haben, 4-1, da hab ich mir nämlich Sorgen gemacht, weil wenn die gewonnen hätten, also wenn Paderborn gewonnen hätte, wäre Paderborn, glaube ich, sogar an uns vorbeigezogen, wir wären Letzter gewesen. Ja, ist halt, wird halt ein schweres Spiel dann gegen Leverkusen, da rechne ich eigentlich auch nicht mit Punkten. Ja, danach das Spiel gegen Frankfurt, Frankfurt ist aktuell nicht gut drauf, da könnte man vielleicht mit ein bisschen Glück was holen, aber ist halt auch Frankfurt, da kann man auch mal ordentlich unter die Räder kommen, wie letztes Jahr. Ja, dann gibt's zwischendrin noch das Pokalspiel gegen Kaiserslautern, wo ich die Hoffnung hab, also ich sag mal so, wenn man da gewinnt und weiterkommt, dass das dann vielleicht nochmal einen Push geben könnte. Ja, es ist halt, es ist halt, aber ich hab halt das Problem gegen Kaiserslautern, ja, Drittligist und die, äh, spielen ganz ordentlich, Dritte Liga, alles gut. Für mich ist halt das Thema, ja, es ist ein Drittligist und, ähm, wir gehen da als Favorit rein und die werden Mauern pressen und treten, bis sie nicht mehr können, weil das für die halt, ja, es ist, ich will nicht sagen, das ist ein Derby, aber, äh. Kaiserslautern gegen Kaiserslautern ist so das nächstgrößte Greifbare, was die momentan irgendwie haben und, ähm, das ist für die das Highlight-Spiel und da werden die sich zerreißen und ich hoffe, dass, äh, wir das begreifen und dementsprechend da halt auch eine Mannschaft hin schicken, die offensiv drückt und halt, äh, versucht da frühzeitig ein Tor zu erzielen, weil nochmal so eine Partie gegen Erzgebirge Aue halte ich, glaub ich, nicht aus. Ja, also, für mich ist das auch, obwohl Kaiserslautern Dritte Liga spielt, wir spielen zwei, wir spielen halt in Lautern und für mich ist es kein, kein Spiel, was wir locker gewinnen, für mich ist das ein 50-50-Spiel. Und Fortuna hat halt auch immer mal wieder gezeigt, wie zum Beispiel damals gegen, ähm, äh, hier, Wibererberg, wie heißen die? Kickers Offenbach. Gegen Kickers Offenbach haben die ja auch, da waren, ist ja, sind die auch relativ weit gekommen und dann hieß das, oh, in der, in der, im Achtelfinale gegen Kickers Offenbach, easy los, weißt du, und dann kommst du da halt komplett unter die Rede. Und Frankfurt, äh, Frankfurt sag ich schon, und Kaiserslautern ist meiner Meinung nach dann auf jeden Fall ein Gegner, es ist für mich ein 50-50-Spiel und ich fahr da jetzt, oder ich guck mir das Spiel nicht an und denk mir so, oh, das gewinnen wir locker, sondern ich glaub, ich hab eher die Befürchtung, dass das in die Hose geht. Ich bin der Meinung, Friedrich Fuckel, ähm, stellt gegen Kaiserslautern einen Spieler auf, der eine Überraschung ist. Ja, vielleicht lässt du dann den Euphorie spielen. Genau, voll dich hinaus. Ist halt nur die Frage, ob das, wenn er, wenn er, wenn er das macht, ne, also das ist jetzt, ich hab eine, Überraschung hab ich im Kopf, muss nicht euphorie sein, kann man nicht wegen auch, äh, wie heißt der, ein Innenverteidiger, der jetzt Provertrag bekommen hat, der auch mit dem Trainingslager war. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wer da mit dem Trainingslager war, leider. Egal, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eher, dass das so eher ist, dass er da halt nochmal was ausprobiert. Ja, ich hab keine Ahnung, vielleicht darf auch, äh, Schinter Appelkamp Rechtsverteidiger spielen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, sind wir hier kurz vor dem Deadline Day und bevor wir die Folge abschließen, mich ja, passiert noch was bei der Fortuna, weil so ein paar Spieler, ja weiß ich nicht, die man im Gespräch hatte, von denen man bei Fortuna auch verhandelt hat, hat man dann nicht geholt, weil Friedhelm Funke, äh, da Bedenken hatte, wegen der, ich sag jetzt einfach mal, Liga-Erfahrung. Stellt mir auch die Frage, Anfang der Saison, im Sommer, hat, ähm, Lutz Pfannstiel Einfachspieler geholt, wo er der Meinung war, die helfen dem Verein, die helfen der Mannschaft. Und jetzt scheint er sich in Transfers mit dem Friedhelm Funkel abzusprechen, ähm, und jetzt kommen halt dann dadurch Transfers nicht zustande. Was ist so deine Meinung zu dem ganzen Hin und Her? Ich bin irgendwie ratlos und verstehe das Ganze nicht. Also, Punkt eins, wen man holen sollte, wäre meiner Meinung nach, da Sobotka, der meiner Meinung nach immer ein Fels in der Brandung war, die Saison irgendwie entweder verletzt ist oder durchschnittlich spielt, nur, wäre ich halt dafür, wenn man noch lichtet, dann nochmal so ein defensiver Mittelfeldspieler, so ein Brecher, also so einer wie Bozek Sobotka, so ein Träter meinetwegen. Aber zehn Jahre jünger. Ja, also, ganz ehrlich, von mir aus kannst du da auch einen 33-jährigen Hit nochmal verpflichten, also einfach für die Rückrunde ausleihen, sag ich mal. Hauptsache nachweisbarer Qualität oder was. Ja, ja, zu dem Haker, weil ich finde ja, jeden Transfer, den, ähm, Pfannstiel gemacht hat, dachte ich mir so, das macht Sinn, das ist ein gutes, okay, nehmen wir mal Plädel raus, Plädel ist einfach ein Transfer, ablösefrei, läuft viel, passt, kann man verpflichten. Sollte den, soll den Kader auffüllen, das verstehe ich, das verstehe ich. Wenn ich mal auch mal in der 80. Minute eingewechselt wird, fertig, so weiß ich, da keiner, der Stammplatz gerade, keine, keinen Stammplatz fordert oder so, sondern einfach nur Breite in den Kader bringt. Das ist so der einzige Transfer, wo ich mir gedacht habe, so, okay, verstehe ich nicht ganz, aber im, weil du weißt, dass der ablösefrei ist, okay. Sonst haben halt alle Transfers vom Pfannstiel halt Sinn gemacht, meiner Meinung nach, aber dass die halt dann nicht spielen, die Spieler, das hat für mich halt keinen Sinn gemacht, weil du hast einen Stöger, verletzt. Du brauchst Ersatz für Stöger, verpflichtest einen Baker, einen kreativen Mittelfeldspieler, der auch mal einen guten Pass spielen kann, der auch mal zwei, drei Leute ausdribbeln kann. Überragend, vielleicht ein bisschen defensiv nicht ganz so gut, aber brauchst du halt einen offensiven Mittelfeldspieler, der soll das Spiel machen, der soll ja nicht unbedingt vor dem 16er einen mit einer Blutgrätsche irgendwie den Ball noch weg, weißt du, ja, aber dann lässt du den halt nicht spielen. Oder du hast ja praktisch mit Apoma und Tekpetai eine Etage tiefer ins Regal gegriffen, aber das sind ja im Prinzip Kopien von der spielerischen oder von Stärken und von der Art, wie sie spielen, von Luke Bakio und Rahman. Das Einzige, was sie nicht haben, ist die Größe von Luke Bakio. Ja, aber Luke Bakio braucht ja auch nicht seine Größe für seine Qualitäten, also, aber ich finde halt, das ist so dieses, du hast einen Stöger, der dir fehlt, holst einen Baker. Klar, du hast Flügelspieler, also mit Rahman und Luke Bakio fehlt dir, holst Apoma und Tekpetai auf dem Papier, alles richtig gemacht. Und wenn du siehst, wie die spielen, eigentlich ja auch, aber sie spielen halt zu selten oder die machen dann halt natürlich nicht alles richtig, so wie Rahman in der Hintenrunde oder Luke Bakio in der Rückrunde letzte Saison nicht alles richtig gehabt, hatten ja auch teilweise Sachen, wo die halt komplett untergegangen sind, aber irgendwie... Was hältst du von der Sache um Robin Bormuth und Kasim Adams? Ja, finde ich halt, also ich sag mal so, ich finde es allgemein schon doof, dass man Bormuth einen Adams vorgesetzt hat. Ja, dass der Adams dann, sag ich mal, ein bisschen risikoreicher spielt, womit ich halt auch keine Probleme habe. Das aber jetzt scheinbar dem Frieder Funkel nicht mehr so gefällt und deshalb er wohl weder einen Sitz noch einen Kaderplatz wahrscheinlich erhalten wird in der Rückrunde. Ja, wie soll ich das sagen? Ich mag halt, ich hab halt lieber einen Spieler, der immer was versucht, so ich sag mal so, wie zum Beispiel in einem Zimmer. So, das sind so Spieler wie zum Beispiel Apoma, Tekpetai, Adams, Zimmer, das sind so Spieler, die gehen halt auch mal, sag ich mal, Risiko oder mit dem Kopf durch die Wand und es klappt vielleicht von zehnmal und zweimal, aber wenn es halt klappt, dann ist es immer gut und ich hab halt lieber das, anstatt dass von zehn Versuchen zehnmal der Pass zurück zum Torwart kommt, weil Ballbesitz so war. Aber das ist dann halt auch wieder so, ja, wie soll ich sagen, ich sterbe halt lieber in Schönheit, als sich irgendwie so Darmstadt-mäßig irgendwie so in der ersten Liga, durch die erste Liga zu pimmeln und am Ende irgendwie noch ein zweites Mal zu bleiben. Ja, aber du hast ja im Gegensatz zu Darmstadt, hast du ja theoretisch Budget, also für die Fertune hätte theoretisch noch, ich glaub, irgendwas um die acht Millionen für Ablöse und Gehalt oder nur Gehälter, wenn man Spieler leiht. Also da wäre Möglichkeit noch drin, Friedhelm Funkel hat, also mir sind drei Spiele bekannt, die Friedhelm Funkel mehr oder weniger abgelehnt hat. Das ist einmal, ich hab seinen Namen vergessen, aber irgendwas mit Mappafiodos, irgendwie sowas in Grieche von Arsenal, 22, 23 Jahre alt, mit Europa League und Liga Cup Erfahrung hat man abgelehnt, der ist jetzt in die zweite Liga gewechselt. Und man hat das Rennen um Kevin Vogt, Kevin Vogt, der nach Bremen gegangen ist, für die Innenverteidigung der Offensive im Mittelfeld hat man gegen Bremen verloren, weil Friedhelm Funkel da irgendwie kein Vorabgespräch führen wollte, wenn man das so hört. Finde ich zwar auch irgendwie komisch, dass ein Spieler dann sagt, ja, du wolltest nicht mit mir sprechen, dann geh ich halt nach Bremen, ich hab auch keine Ahnung. Und ansonsten wäre halt noch die Frage nach einem zentralen Stürmer gewesen, da bietet sich halt dann, hier, wie heißt er aus, hier von Schalke, der Junge. Hier Kutucu, der war auch im Gespräch, aber Friedhelm Funkel hätte sie gerne für die Außenbahn jemanden gehabt, der schon mehr Profi-Faunen hat. Daraus wurde dann Steven Skripski, Skripski, also was man sich dann doch beim FC Schalke bedient. Ja, weil zum Beispiel, ich finde, was Fortuna nicht braucht, ist einen zentralen Stürmer. Fortuna braucht halt Spieler, die die Stürmer füttern können. Ja, Kutucu-Stürmer, das ist halt irgendwie dann auch die Banalität an Steven Skripski, wenn du halt sagst, du brauchst ihn, aber Steven Skripski ist halt entweder Außenspieler links oder rechts, der halt die Linie langläuft und dann halt mal guckt, spielt praktisch irgendein Ball in die Mitte und guckt mal, was geht. Das ist halt Steven Skripski, wenn er Platz hat, schießt er auch drauf. Ja, weil ich bin ja der Meinung, wir haben ja halt, wir haben Hennings, der ist unangefuchten Stammspieler. Dann haben wir einen Kovnatski, der meiner Meinung nach halt eigentlich auf die Hennings-Position gehört und wahrscheinlich auch gedacht war. Ja, aber der hat halt ein Spiel da gemacht, hat kein Tor geschossen oder zwei, zwei Spiele auf der zentralen Stürmer-Position gemacht, hat dann kein Tor geschossen und hat gesagt so, ja, das klappt mit dem ja nicht, macht ja kein Tor, deswegen spielt der jetzt wieder auf dem Flügel, weil da hat er für mich sehr gut defensiv gearbeitet. Ja, aber das Thema hatten wir auch schon. Kovnatski ist halt keiner, der für mich spielt, weil er defensiv gut ist, sondern Kovnatski ist halt ... Ja, aber er ist halt auch defensiv gut. Ja, genau. Er arbeitet halt auch defensiv nach hinten. Was halt auch gut ist, was halt, wenn du eine Balance erstellen willst, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du, wenn du einen Spieler hast, der Chaos bringt, praktisch du hast rechts außen Tech-Peteil und links außen hast du Kovnatski, dass dann halt, wenn die Mannschaft sich defensiv bewegt nach dem Angriff, halt Kovnatski diesen Shift machen kann mit auf die rechte Seite, wo Tech-Peteil dann oben fehlt. Wir spielen aber immer sehr konservativ mit Kovnatski links oder rechts und dementsprechend dann halt Gießelmann auf links oder Zimmer auf rechts. Tommy macht das auch, ist auch sehr defensiv, obwohl er halt diese Qualität nicht so ganz so krass hat, aber der lässt sich halt auch ziemlich tief fallen. Macht dann eher so dieses, wie nennt man das, versuchen so Passwege zuzustellen etc. Ja, aber so die Spiele, die halt bei uns vorne Chaos bringen könnten mit Ampoma und Tech-Peteil, die spielen halt nicht. Ja, aber was ich halt schade beim Kovnatski finde, ist, er spielt, weil er defensiv so gut mitarbeitet und so viel da macht. Und auf der anderen Seite heißt es ja, der hat in der Saison noch kein Tor gemacht. Ich sage ja, wenn er die ganze Zeit als Aushilfsverteidiger spielen muss und dann den ganzen Weg nach vorne machen muss und er dann vorne keinen hat, der ihn füttert, weil diese Eier, die der Hennings hat, dass der aus dem 16er einfach mal draufballert und der Ball im Winkel landet, das macht Hennings auch nur diese Saison so, weißt du? Das ist dann so, du hast halt gerade das Moment und so wie Kovnatski das letztes Jahr in Freiburg gemacht hat, den Ball so mit Vollspann unter die Latte gewichst, das hat er heute halt, diese Saison halt nicht. So, für mich ist halt irgendwie, Friedrich Wunkel hat gerne letztes Jahr auch im 4-4-2 gespielt. Damals Fink hat sich halt sehr krass abkippen lassen, also der ist sehr krass tief gefallen, Fink. Warum probiert er das nicht mit Kovnatski? Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil Kovnatski halt defensiv so krass mitarbeitet und Funkel das halt gefällt. Ja, ich glaube halt wirklich, dass Kovnatski seine defensive Fähigkeiten oder sein, weil der ist ja eigentlich auch so ein Kampftier oder. Er ist ein Kämpfer. Ja, genau und, aber ich habe, so wie Kovnatski gegen Bremen gespielt hat, habe ich die Hoffnung, dass er wieder, sage ich mal, zur alter Stärke führt, weil ich weiß noch genau, das war eine Aktion, wo er ein Laufduell hatte gegen einen Bremer, wo er geschickt wurde, ich weiß nicht von wem, aber da wurde er halt mal geschickt. Und dann ist der Bremer halt, sage ich mal, wollte der den amrempeln und der Kovnatski hat den einfach mal zurückgerempelt. So, wo ich mir dachte, in der Hinrunde hätte er sich fallen gelassen und hätte gesagt, er ist Schiri-Freistoß. So, und jetzt irgendwie hat er, hat er wieder, sage ich mal, im Trainingslager anscheinend doch wieder die Eier gefunden, dass er sich dann denkt so, nee, ich lasse mich jetzt nicht fallen, sondern ich tackle den mal zurück, weißt du. Und dann war es halt, sage ich mal, eine gute Aktion, dann kam zwar der Pass rein und daraus wurde halt nichts, aber dass er sich da mal wieder durchgesetzt hat, das war ja das, was ihm halt auch in der Hinrunde gefehlt hat. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, Kovnatski wird besser sein in der Rückrunde als in der Hinrunde. Fortuna kann froh sein, wenn wir am Ende 16. werden und wir die Relegation schaffen. Man hätte ja einfach gegen Bremen gewinnen müssen. So wird es eine ganz schwere Rückrunde und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir schon, so, ich sag mal so, ich bin schon den ersten Schritt Richtung zweite Liga jetzt gegangen, emotional. Wenn wir das ja mit Friedhelm Funkel. Ja, wir ziehen auf jeden Fall mit Funkel durch. Und dann, ja, ich denke mal, wenn wir absteigen, dann ohne Funkel und wenn wir drinbleiben, dann mit Funkel. Ja, das ist ja sowieso die, der Vertrag von guten Friedhelm. Ja, wir binden die Aufnahme, ansonsten reden wir uns noch in Rage und drehen uns über die anderen Spiele und Themen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es gibt Sticker, wenn ihr Bock habt, wir verschicken die mehr oder weniger kostenlos. Schreibt einfach mal eine E-Mail an projektmigo-von-podcast.gmail.com. Dann senden wir euch mal so eine Handvoll Sticker zu. Ein, ein Hype. Mich jetzt erschallt die selbst, nein. Schickt einfach eure Adresse mit dem Kennwort-Sticker an projektmigo-von-podcast.gmail.com. Der Michael leitet das dann an mich weiter und dann hauen wir mal ein paar Klebebildchen raus. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann noch ein paar letzte Worte von eurem Schierenski Nummer 8. Ja, gut kick in die Runde. Und ja, wie gesagt, ich hab schon den ersten Schritt Richtung Zweite Liga gemacht und hab mir dann Gedanken gemacht und dachte mir so, Dauerkarte, Dauerkarte ist nächste Saison so oder so drin, also. Zweite Liga-Podcast ist geiler. Nein, aber das ist so dieses, ich hab mir halt drüber Gedanken gemacht und dachte mir dann so, ja, ob wir jetzt Erste, Zweite, Dritte oder Vierteliga spielen, Dauerkarte ist drin, also wird sich nicht so viel ändern außer die Gegner und gut kick in die Runde und vielleicht wird's ja doch noch was und freuen wird's mich und wenn's nicht klappt, schade, aber auch okay. Bis zum nächsten Mal.